Über 10.000 Mal müssen die Polizisten in Deutschland jedes Jahr von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen. Doch nur jeder hundertste Waffeneinsatz richtet sich gegen Personen und das zumeist aus Notwehr. Oberkommissarin Hanna Held und Kommissarin Katja Wolf ahnen nicht, dass es jetzt ebenfalls zu einer solch gefährlichen Konfrontation kommt. Egon 1122 von Egon. Egon 1122 hört. Fahrt zum Bauernhof Brüllmann auf Westenstraße 70. Frau Brüllmann meldet verletztes Kind, hat sie geholt? Ja, verstanden. Kuhfürstenstraße 70. Wir fahren. Die Beamtinnen sollen sich um einen kleinen Jungen kümmern, der in einer Scheune vom Heuboden gefallen ist. Gefunden hat ihn die Bäuerin. Sie kennt das Kind aus dem Viertel und hat nicht nur die Polizei, sondern auch die Mutter alarmiert. Hallo. Sie haben angerufen. Was ist passiert? Ja, ich wollte meine Tiere füttern. Hallo. Da liegt der kleine Jonas hier. Kannst du uns hören, Jonas? Was ist denn passiert? Haben sie auf den Krankenhäuser gegeben? Ich bin runtergefallen. Du bist runtergefallen? Und was tut dir alles weh? Der Arm. Der Arm? Unten alles. Der Arzt kommt sofort, der kümmert sich um dich, ja? Der RTW ist ja gleichzeitig mit uns eingetroffen, deshalb konnten wir relativ schnell auch an die Rettungskräfte übergeben. Hallo. Was hast du denn da oben gemacht, Jonas? Hast du da gespielt? Ich war nicht schlafen. Du hast geschlafen da oben? Ja, weil mein Papa sich mit ihm hat nicht geschlafen. Oh, okay. Wohnst du denn hier auf dem Bauernhof? Nein. Nein? Wir kennen uns. Die Mutter kauft schon mal Milch hier und in seiner Not. Okay. Also Sie gehören hier zu dem Hof und der Kleiner? Das ist mein Hof. Genau, okay. Also erst, was ist passiert? Er ist passiert. Ich kann ihn bewegen, okay? Was ist passiert, Schatz? Die Eltern des Jungen sind geschieden. Der Kleine sollte die Nacht bei seinem Vater verbringen, war jedoch Hals über Kopf getürmt. Da er in der Dunkelheit den Weg zur Wohnung seiner Mutter nicht fand, übernachtete er in der Scheune. Kannst du uns noch sagen, wo dein Vater war, bevor du abgehauen bist? In seinem Wohnzimmer. In seinem Wohnzimmer? Und ging's denn deinem Papa gut? Er hat sich mit jemandem gestritten. Mit jemandem, okay. Der Mann, der da war, der hat gesagt, wenn er ihm nicht das Geld gibt, dann wackelt er das Haus ab. Da habe ich Angst bekommen. Ah, okay. Ja, das hört sich auch nicht gut an. Das hast du richtig gemacht. Aber du, nächstes Mal rufst vielleicht deine Mama an noch. Also wie wir hier sehen konnten, war das schon eine beachtliche Höhe. Also es waren bestimmt zweieinhalb, drei Meter, die der Junge runter auf die Steine gefallen ist. Und hier vor Ort der erste Eindruck oder die erste Untersuchung zeigte, dass er wohl am Arm verletzt ist und eine leichte Kopfverletzung hat. Allerdings kann man schon sagen, dass er aufgrund der Fallhöhe doch noch eher Glück im Unglück hatte. Haben Sie mal gehört, dass Ihr Mann Probleme hat mit dem Kind? Nein, überhaupt nicht. Ich wüsste auch gar nicht, warum. Also es ist jetzt so, dass Ihr Sohn gerade erzählt hat, dass da jemand anders noch in der Wohnung war und dass die sich gestritten haben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist kein Grund. Mein Mann ist, mein Ex-Mann, entschuldigung, mein Ex-Mann ist wirklich ein ganz liebevoller Papa. Er ist ein herzensschluter Mensch. Ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ich kann mir das alles überhaupt nicht erklären. Also können Sie mir die Straße sagen, wo Ihr Ex-Mann wohnt? Na, sagen Sie mir mal den vollen Namen von Ihrem Mann. Steffen Breuer. Steffen Breuer. Wir holen uns dann die Adresse. Das ist hier vorne um die Ecke, das ist nicht weit. Das sind zwei Straßen weiter. Ich bin gerade völlig durch den Wind. Also Ihr Sohn, der hat keine anderen Verletzungen, so weit wie es gesehen wird. Und der wird jetzt erstmal auf alle Fälle ins Krankenhaus gebracht. Sie können da auch gerne mitfahren. Ja, auf jeden Fall. Und wir werden uns mal um Ihren Mann kümmern. Ja, bitte. Und bitte informieren Sie mich auch, was da drauf ist. Weil er geht auf die ganze Telefone. Ich weiß nicht, was ich nur machen soll. Der kleine Junge muss rasch zur Behandlung ins Krankenhaus. Kommissarin Wolf kann ihm jedoch noch einen entscheidenden Hinweis zum Sachverhalt entlocken. Als ich aus dem Wohnzimmer rausgegangen bin und aus dem Fenster geklettert bin, habe ich einen blauen Mustang gesehen. Einen Mustang? Der Motor hat noch gelaufen. Und wo stand der Mustang? An der Straße, an dem Fenster, an meinem Kinderzimmerfenster. Am Kinderzimmerfenster? Und das ist direkt vor der Tür quasi, direkt zur Straße raus? Mhm. Okay. Und waren denn da noch Leute in dem Auto? Mhm. Aber der Motor war an? Mhm. In dem Fall wären unsere nächsten Schritte, dass wir erstmal die Adresse des Vaters ermitteln. Also fahren wir dorthin, kriegen die Adresse schon von unserer Zentrale mitgeteilt, versuchen mit dem Vater des Kindes zu sprechen und Licht in die ganze Sache reinzubringen und werden dann auch feststellen, ob eine Straftat stattgefunden hat oder nicht. Doch die Ermittlungen geraten ins Stocken. Denn der Vater ist nicht zu Hause und kann von den Beamtinnen nirgendwo ausfindig gemacht werden. Für die Suche nach dem Mann benötigen die Kommissarinnen daher weitere Informationen über ihn. Die erhoffen sie sich von seiner Ex-Frau und bestellen sie aufs Revier. Hallo, wie geht's Ihnen denn jetzt? Ja, ich bin noch ein bisschen erledigt, ne? Ein bisschen, ich bin völlig durch den Wind noch, also das war mir alles zu viel. Ja, und wie geht's Ihren Sohn? Ja, der ist jetzt erst verseucht, der Arme ist wohl gebrochen, er ist jetzt noch im Krankenhaus, aber er ist gerade Gott sei Dank eingeschlafen, deswegen konnte ich dann ganz schnell einmal. Okay. Also schön, dass Sie nochmal gekommen sind, weil wir waren heute Morgen nochmal bei Ihrem Ex-Mann in der Wohnung. Nachdem der kleine Junge mit dem RTW von dem Bauernhof abtransportiert wurde, haben wir uns auf den Weg gemacht zu der Wohnung des Herrn Schütz. Vor Ort konnten wir niemanden antreffen, wir haben auch den Herrn Schütz dort nicht angetroffen, allerdings konnten wir durch Fenster und die Terrassentür einen Einblick in die Wohnung gewinnen. Und was auffällig war, ist, dass die ganze Wohnung in einem extrem chaotischen Zustand war und alles war verwühlt. Also wir würden jetzt nochmal versuchen mit dem blauen Mustang, der wird ja in Duisburg zu finden sein. Ja, also ich kann Ihnen nur sagen, also wenn einer Autoverrückt ist, dann mein Sohn. Also seitdem der ganz klein ist, der hat angefangen Modellautos zu sammeln, der hat jedes, jede Automarke, alles weiß der auswendig. Und wenn der Ihnen sagt, das stand ein blauer Mustang, dann können Sie Gift draufnehmen, dass es wirklich ein blauer Mustang war. Okay. Wir versuchen es mal mit den Eckdaten, probieren können wir es ja und dann mal sehen, was bei rauskommt. Der Junge konnte sich nicht nur die Automarke, sondern auch Teile des Kennzeichens merken. Damit finden die Polizistinnen eindeutig den Halter des Fahrzeugs. Ja, aber was ist denn mit diesem Mann? Steht da irgendwas? Ist da irgendwas, was darauf hindeutet? Also der ist uns auf jeden Fall schon bekannt. Ja. Wegen Betreibungsinniger der Casinos. Casinos? Spielt ihr mal? Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Wirklich nicht. Also das kann nicht sein. Mein Mann spielt nicht. Wir sind ja mittlerweile getrennt, aber das wird er nie tun. Also weder Drogen noch Glücksspiel. Nein, das ist nicht Steffen. Durch die Halterabfrage von dem blauen Mustang konnten wir den Herrn Monheim ausfindig machen. Wir wissen, dass er uns bereits polizeilich bekannt ist und dass er wohl irgendwie in diese ganze Geschichte verwickelt sein muss. Und da uns die ganzen Umstände, also ja, etwas eigenartig vorkommen, gehen wir auf jeden Fall der Sache gemeinsam mit den Kollegen von K. auf den Grund. Dann würden wir Sie bitten, warten Sie mal kurz hier. Ich spreche mit unseren Kollegen, die sind ja hier im Haus und dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Ja, dann sagen wir Bescheid, damit ich zurück ins Krankenhaus kann zu meinem Sohn. Ja, genau. Okay. Gehst du einmal rüber, oder? Ja. Hanna Heldt zieht Kriminaloberkommissar Boris Peters und Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert zur Unterstützung hinzu. Prinzipiell arbeiten natürlich die Uniformierte und die Kriminalpolizei Hand in Hand. Wenn die Kollegen einen Fall bekommen, wo sie meinen, dass wir uns als Kriminalpolizei ermittelnde Behörde einschalten sollten, reden wir da ganz offen drüber und entscheiden dann eigentlich gemeinsam, wer weiter bearbeitet. Ob es einen Anfangsverdacht gibt oder nicht. Und dann schalten wir uns ein. Das ist üblich, ja. Illegales Glücksspiel. Genau. Hat er eine Spielbank oder? Eine Casino. Casino. Ja. Haben wir aufgefallen? Ja. Schick den mal hoch. Wir unterhalten uns mal. Hört sich ja an, Anfangsverdacht, eventuell Raub, eventuell was weiß ich, was da passiert ist. Wir müssen das auf jeden Fall, können wir uns das mal anschauen. Wer weiß, was dahinter steckt. Ja. Hört sich sehr komisch an zunächst. Dass der Vater verschwindet, wenn er noch kein, wenn er überhaupt keine Vergangenheit in Richtung hatte, dass er irgendwie unverlässig war oder so. Dass der Vater den Sohn nicht sucht oder alles vermisst mehr. Ja, genau. Das ist merkwürdig. Das ist merkwürdig. Mal holen. Als erstes ruft man ja die Mutter an. Ja, wir vermuten. Ist auch seit gestern 22 Uhr. Also gestern 22 Uhr hat der Junge die Wohnung verlassen. Und jetzt ist er auch schon 12 Stunden. Der Junge ist im Krankenhaus? Der ist im Krankenhaus, genau. Die Mutter ist hier. Die ist jetzt gerade hier. Die würde auch gerne wieder zurück ins Krankenhaus gehen. Aber wir wollten es jetzt mal klären mit euch, ob ihr da uns vielleicht ein bisschen unterstützen könnt. Ja. Nehmen wir sie gleich mit, ne? Ja, gehen wir auch ins Büro. Nehmen wir sie gleich mit. Die Kriminalpolizei wird dann aktiv, wenn es sich um schwere Straftaten handelt. In Anbetracht des verdächtigen Mustang-Fahrers ist der Fall schnell klar. Also das ist jetzt der Halter von dem Mustang. Und hier ist im Prinzip vorbestraft treibbar illegal. Richard. Ach, der Ricky. Ja, Ricky. Kennst du auch? Monheim. Ja, klar. Der ist doch eben besser als ein Mikro-Typ. Okay. Ja, klar. Der Herr Monheim, der als Beschuldigter erschien, ist uns bekannt. Der ist vorbestraft. Das war für uns der Grund, uns dann definitiv einzuschalten, weil wir natürlich wissen, der Herr Monheim, illegales Glücksspiel. Es war auch schon Nötigung dabei. Dann schalten wir uns ein, selbstverständlich. Die Beamten fahren alle Adressen ab, die mit dem Verdächtigen in Zusammenhang stehen. Vor einem Motorradladen entdecken sie schließlich dessen Fahrzeug und hoffen, auch den Vater des verletzten Jungen hier anzutreffen. Weil jetzt doch richtig... Der Muster steht da schon. Ich sehe ihn schon, ich sehe ihn schon. Ja. 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 Das ist das, ja. Das ist das, ja. Ich gehe gucken. Ich gehe gucken. Ich fahrt jetzt mal. Mein Kollege und ich hatten verschiedene Läden des Herrn Monheims abgefahren. Das war im Prinzip die letzte Möglichkeit, wo wir ihn finden konnten in seinem Motorradladen. Sein Fahrzeug war vor Ort. Wir haben die Lage gescheckt. Ich bin kurz reingegangen, habe reingeguckt, habe gesehen, wie vier Personen am Glücksspiel beteiligt waren. Herr Monheim war da, der ist uns persönlich bekannt durch verschiedene Haftbefehle, die gelaufen sind. Und nachdem die Lage gescheckt war, bin ich wieder raus. Vier Leute, Schusswaffe liegt auf dem Tisch. Wir ziehen uns Westen an. Ja. Ihr beide links, wir beide rechts. Aufpassen, Schusswaffe in der Hand. Okay. Der Monheim ist da. Der Ricky. Wahrscheinlich. Der Ricky ist da. Okay. Die anderen beiden kenne ich nicht, einer davon wird wahrscheinlich der Schütz sein. Ja. Kurz bevor so ein Einsatz ist, zumal wenn man dann auch noch erfährt, dass eine Schusswaffe auch noch dabei liegt, dann ist natürlich eine Aufregung gewissermaßen gegeben, ist ganz klar, der Eigensicherung ist immer da, man spielt ein bisschen mit dem Leben und dem Tod der eigenen Person, muss auf die Eigensicherung achten. Wir haben uns dann auch Schutzwesten angezogen und sind dann doch, sagen wir mal, mit voller Energie und Kraft hier reingegangen. gente Aid von Menschen? Umherstlosen, ein Brot. Zugriff. Zugriff. Polizei! Helder. Helder! Hände in der Kopf! Hände in der Kopf! Hände in der Kopf! Ich komme auf den Boden. Geld loslassen! Hände auf den Rücken! Runter! Die Situation war so, eine Schusswaffe ist vor Ort. Wir kennen Herrn Monheim, wie gesagt, als gewalttätig, auch als zu allem bereit. Die Aussage des Jonas war ganz klar auch gewaltbereit, Herr Monheim. Da sehen wir dann gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben auch Dritter. Dann gehen wir rein. Also da noch weiter zu warten und eventuell darauf zu warten, dass Herr Monheim von der Schusswaffe gebraucht macht gegen einen dieser drei Personen, das können wir nicht zulassen. Dann gehen wir rein, ganz klar. Kein weiteres Wort! Aber ohne meine Hand, die saßen so nix weg. Die beiden, die beiden erstmal zuerst weg. Wir sprechen uns noch! Raus, 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 raus! Ricky, haben wir dich mal wieder, ha? Ja, pass mal schön auf. Hast du noch was dran? Nein, ich hab nix dran. Neben dem Kopf der Glücksspielbande und zwei Zockern können die Beamten auch den Vater des Jungen festsetzen. Das ist der Steffen Schütz. Das ist der Herr Schütz. Das sind wir so richtig hier. Und du zahlst die Kohle, denk dran! Du zahlst die Kohle noch! Sie sind jetzt ruhig! Denk dran! Nimmst du ihn mal kurz? Nimmst du ihn mal kurz? Bleiben Sie mal stehen! Bleiben Sie mal stehen! Haben Sie noch Waffen am Mann? Ich hab noch nie eine Waffe gehabt, nein! Ich durchsuche Sie jetzt! Sind Sie friedlich? Ich mach nichts! Alles klar! Alles gut! Ich tu keinem was! Die anderen beiden sind mit dem Streifer abgeholt! Alles klar! Wir nehmen wir ihn mit? Bezogen auf die Person des Herrn Schütz werden wir die Ermittlungen natürlich abschließen. Es ist illegales Glücksspiel. Wir werden sehen, wie sich der Herr Schütz weiter verhält. Meiner Meinung nach ist auch, Dummheit muss auch bestraft werden. Also so dösig kann man ja eigentlich auch nicht mehr sein in dem Alter. Also für den Jonas, für den kleinen Jungen, freue ich mich natürlich schon, dass sein Vater unverletzt hier rausgekommen ist. Der Sohn, ich hab selber einen Sohn, hängt an seinem Vater, davon gehe ich aus. So ist es ganz optimal gelaufen für Jonas. Natürlich muss sich der Schütz mit seiner Ex-Frau auseinandersetzen, wie er es weitergeht. Er hat den Sohn alleine gelassen. Aber ich denke mir, das wird ein relativ gutes Ende nehmen auch bei denen. Zwar ist der Vater bislang noch nicht straffällig geworden. Doch wegen seiner Beteiligung am illegalen Glücksspiel und des Vorfalls mit seinem Sohn muss auch er mit auf die Wache. Noch ist unklar, warum sich der Mann auf die zwielichtigen Gestalten eingelassen hat, anstatt sich um seinen Sohn zu kümmern. Der war vor Angst mitten in der Nacht aus seiner Wohnung abgehauen. Herr Schütz, wir haben Sie bei einer Straftat betroffen. Illegales Glücksspiel. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie sich durch Ihre Aussage nicht selbst belasten müssen. Sollte es der Fall sein, dass Sie verwandt oder verschwägert sind mit irgendjemandem, brauchen Sie auch darüber nichts. Haben Sie auch ein Zeugsverweigerungsrecht. Ansonsten gehe ich davon aus, dass Sie auch daran interessiert sind, zur Klärung beizutragen und den Sachverhalt aufzuklären. Erzähl doch mal, was ist denn passiert? Ja, also das war so ... Scheiße. Also vor ungefähr einer Woche habe ich jemanden kennengelernt. In einer Zeit beim Bierchen. Und da kam ein ganzes Gespräch, so mit dem und her ging das dann so. Und dann weiß ich, ach, worum geht es denn überhaupt? Ja, wir zucken öfters mal mit ein paar Kumpels. Und ob ich denn Poker spielen könnte? Ich sage, ja klar, habe ich schon mal gemacht. Turnieren und so weiter, es gab kein Problem. Dann habe ich erst ganz gut gewonnen, war alles super. Und danach lief es überhaupt nicht gut. Nur noch verloren, nur noch verloren. Nur noch, waren die bessere Versorgung, die mich beschissen haben. War wichtig. Wie viel haben Sie verloren? Knapp 2.000 Euro Schulden bei Ihnen gehabt. 2.000 Schulden? Ja, knapp. Und was war die Modalitäts-Zurückzahlung? Ja, das war so ... Ich habe gesagt, du kriegst das Geld auf jeden Fall wieder auf jeden Fall. Auf einmal stand er abends vor meiner Tür, ich hatte den Jungen, den habe ich alle zwei Wochen mal, weil ich getrennt lebe von meiner Ex. Und dann ... ... hatte ich die ins Bett gebracht, habe mir noch vorhin eine Geschichte erzählt. Ja. Klingelte das an der Tür. So, dann kam er rein, hat mich sofort so an die Seite gedrückt, ins Wohnzimmer reingedrückt. Und sagte, ich kriege Kohle von ihr. Also er hat sich praktisch in die Wurme reingedrängt. Ja, er hat mich da so reingedrängt und sagte, ich kriege jetzt wie Kohle. Und dann sagte er, ich hab nicht mehr so viel. Dann nimmt er seinen Ballermann auf die Tür und sagt ... Was für ein Ballermann? So eine Distrolle. Auf dem Tisch. Ich will jetzt meine Kohle an, sonst brenne ich hier alles nieder, sagt er. Und dann sagt er, ich fahr jetzt und dann soll ich hinter ihn herfahren. Die Vorgehensweise von dem Herrn Monheim ist typisch in diesem Bereich illegales Glücksspiel. Es wird sich ein Opfer ausgesucht, es wird ihm Gewinne im Glücksspiel versprochen. Das ist ja alles ganz einfach. Und diese Menschen werden dann systematisch ausgenommen. Und nachher dann, wenn sie dann noch Spielschulden haben, auch genötigt, erpresst, unter Druck gesetzt, damit das Geld kommt. Das ist typische Vorgehensweise im illegalen Glücksspiel. Weil untereinander bescheißen sich diese Leute nicht. Das sind abgesprochene Sachen, die da laufen. Wie heißt er denn? Ricky, sagt er. Irgendwie wie so ein Ricky. Ricky und Walter? Wo war das? Wo willst du dann hingen? Frau Breuer? Der Jonas? Papa! Hey! Gut. Alles gut? Ja, alles gut? Glückwunsch. Glückwunsch. Können Sie dann wieder draußen warten? Genau. Wir warten mit Ihnen zu draußen. Wir müssen mit Ihrem Vater und Ihrem Mann noch ein Augenblick sprechen. Alles ist gut. Sie müssen davon ausgehen, selber eine Strafanzeige zu bekommen. Sie haben einen illegalen Glücksspiel beteiligt. Ja. Dass Sie nachts die Wohnung verlassen haben, Achtjährigen alleine gelassen haben. Da werden Sie sich eventuell im Jugendamt und Ihrer Ex-Frau auseinandersetzen müssen. Aber jetzt sehen wir das so, wie Sie Ihre Aussage läuft, sind Sie kooperativ. Sie machen sich jetzt mal nicht die ganz großen Gedanken. Sie machen sich jetzt mal keine Gedanken. Sie machen sich jetzt mal keine Gedanken. Sie gehen jetzt mal raus, kümmern sich um Ihren Sohn und Ihre Ex-Frau, klären das. Und nachher gucken wir uns mal ein paar Fotos an, ob wir gucken, wer die anderen beiden waren. Wir haben da eine Kartei. Ich kann mir vorstellen, wer das war. Und dann gucken wir mal weiter. Der Herr Schütz wird definitiv auch eine Strafanzeige bekommen, weil er sich an illegalen Glücksspiel beteiligt hat. Dass er seinen achtjährigen Sohn nachts alleine gelassen hat, dürfte durchaus auch die Vernachlässigung von Schutzbefohlenen bedeuten. Da wird definitiv auch das Jugendamt informiert. Dadurch, dass Herr Schütz natürlich sehr kooperativ ist, eine komplette Aussage gemacht hat, auch der Hintergrund, warum er was gemacht hat, wird wahrscheinlich meiner Meinung nach nach dazu führen, dass die Anzeige von der Staatsanwaltschaft dann eingestellt wird.